Hallo, hier ist wieder Ulrike Spielmann. Heute ist wunderschönes Wetter und ich bin dieses Mal im Hof der Musikschule. Es gibt heute ein richtig gutes Launestück und weil das Musizieren in der Gruppe viel mehr Spaß macht als alleine, habe ich zwei sehr nette Jungs eingeladen, aber wo bleiben die denn? Aha, die Trompeten werden gestimmt, das heißt, es geht gleich los. Ja, das heißt, es geht gleich los. Musik 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 Das war's. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und wir sehen uns ganz bald in der Musikschule. Tschüss. Ciao. Musik 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 Musik